Ich habe einen Nacktscanner erfunden. Rauda, kommst du mal bitte ran? Ja, Herr Doktesser. Ich möchte an dir meine neueste Erfindung ausprobieren. Bleib schön still stehen. So war das nicht geplant. Der Doktesser. Herr Doktesser, wo haben Sie denn Ihren Kittel gelassen? Ich glaube, den habe ich wohl verschlampt. Der schöne Kittel.